Kapitel 11 Im Auge des Sturms Twig lag einige Meter von Hodorows verdrecktem Schlafplatz entfernt auf dem Boden. Er gab immer noch vor, bewusstlos zu sein. Jedes Mal, wenn der Sturmfall sich aufbäumte, ließ er sich ein Stück über den Boden rollen, in der Hoffnung, der Flachkopf würde die Bewegung des Schiffes dafür verantwortlich machen. Langsam quälend, langsam arbeitete er sich auf die Treppe zu. Die Chance zur Flucht bot sich nur einmal. Wie dumm er gewesen war. Er hat den Befehl seines Vaters missachtet und seinen Vater auf Gedeih und Verderb den Mäuterern ausgeliefert, genauso wie Wolkenwolf es befürchtet hatte. Das Himmelsschiff neigte sich abrupt nach links und Twig reute zweimal um die eigene Achse. Die Treppe kam näher. Dabei hätte er sofort erkennen müssen, dass Slavo nichts Gutes im Schilde führte. Slavo hat ihn nie gemocht. Er hätte Verdacht schöpfen müssen, als der Martin auf einmal so freundlich behandelte. Ach, beim Himmel, murmelte Twig. Was habe ich bloß getan? Das Himmelsschiff kränkte nach Steuerbord und Twig musste sich am Boden festkrallen, um nicht zur Haut aufs Koje zurückzurellen. Durch einen Spalt seiner Lieder beobachtete er wieder Flachkopf auf der Suche nach übrig gebliebenen Fleischstückchen Schnüffeln, das dreckige Stroh durchwühlte. So ein widerwärtiger Kerl, dachte er und frustelte. Aber wahnsinnig stark. Im selben Augenblick bäumte der Sturmfall sich auf wie ein ungebärdiger Hungerlunger und warf sich nach Backbord und sackte ab. Zu Tode erschrocken rollte Twig die letzten Meter zum Fuß der Treppe. Dort angekommen blickte er verstohlen zurück. Wieder bäumte das Himmelsschiff sich auf. Hautrauf wurde das Gleichgewicht und schlug mit einem gewaltigen Krach auf den Boden. Jetzt, sagte Twig stumm. Das ist die Gelegenheit. Er sprang auf, ergriff das Hölz seiner Geländer und kletterte die steilen Stufen so schnell hinauf, wie seine wackeligen Beine es ihm erlaubten. Äh, brüllte Hautrauf, als er merkte, dass Twig tat. Was machst du da? Twig gab keine Antwort. Schneller, dachte er verzweifelt. Die Hälfte der Treppe hatte er geschafft, doch schon die Luca am oberen Ende nicht näher zu kommen. Schneller. Hautrauf hatte sich bereits aufgerappelt. In Windeseile setzte er über die Gitterstäbe, die seine Koje umgaben, und stürzte dem Jungen nach. Twig hatte noch sechs Stufen vor sich. Hautrauf war am unteren Ende der Treppe angelangt. Noch fünf. Noch vier. Die Treppe erzitterte unter dem Gewicht des hastig hinter ihm herkletternden Flachkopfes. Noch drei. Noch zwei. Gleich, murmelte Twig. Noch eine Stufe, dann. Er spürte, wie die schwielige Hand des Kobolds nach seinem Knüchel griff. Nein, schrie er und trab mit beiden Beinen nach unten. Mit zitternden Händen stemmte er den an Scharnieren hängenden Lukendeckel auf und schob sich durch die enge Öffnung. Dann kniete er neben die Luke. Sobald Hautrauf spartelförmige Finger am Rand erschien, packte Twig den Lukendeckel und schlug ihn mit aller Kraft zu. Ein gellender Schrei ertönte. Die Finger verschwanden, ein dumpfes Pöltern ertönte. Hautrauf fiel die Treppe hinunter. Twig hat es geschafft. Er war entkommen. Allerdings hörte er, dass der Flachkopf schon wieder die Treppe heraufkam. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Hastig schob er die schweren Riegel über die Luke und zehrte noch, um ganz sicher zu gehen, ein großes Fass mit eingelegtem Wabelkraut über den Deckel. Dann sprang er auf und eilte zur nächsten Treppe, die zum Deck hinaufführte. Aber erst wenige Stufen hinaufgestiegen, als unter ihm explosionsartig wütendes Hämmern und Fluchen ausbrach. Lass die Riegel halten, betete Twig. Bitte. Der Käpt'n und die Mannschaft bekamen von dem Drama, das sich unter ihnen abspielte, nichts mit. Sie hatten alle Hände voll zu tun, den Sturmfall inmitten des gewaltigen Wolkenballs, der Krachen und Blitzen auf den Dämmerwald zuraste, auf Kurs zu halten. Tau doppelt beregen, brüllte Wolkenwolf. Entscheidend war, den Sturmfall genau im Zentrum des Sturmes zu halten. Leersegel niederholen! Fock fallen würden! Die Luft knisterte vor elektrischer Spannung. Ein bläudig zwischender Funkenregen hüllte das Himmelsschiff ein und ließ seine Umrisse verschwimmen. Die Funken tanzten auf jeder Oberfläche, vom Bugspriet bis zum Ruder, vom Kränläs bis zum Kiel, auf Segeln, Tauern und Decks. Sie tanzten auch auf dem Himmelspiraten, auf ihren Bärten, ihren Kleidern, ihren Fingern und Füßen und erfüllten sie von Kopf bis Fuß mit einem Kribbeln. Tim Waterberg drehte an einer Hansbarke. Ein bisschen mummig ist mir schon, brummte er. Das funkensprühende blaue Licht umspielte seine Hände. Für meinen Kiefer ist es ganz bloß anders schlimm, ächzte er. Tim grinste. Das ist überhaupt nicht lustig, sagte Klotzkin empört. Doch, kicherte Tim Waterberg. Der Unterkiefer seines Kameraden klappte ständig von selbst auf und zu. Klotzkin hatte seinen Unterkiefer vor Jahren in einer erbitterten Schlacht gegen zwei Ligerschiffe verloren. Ein für seine Grausamkeit berüchtigter Ligabruder namens Ulbus Pentefraxis hatte sich mit einem Beil von hinten an ihn herangeschlichen und ihm einen fürchterlichen Hieb versetzt. Der Hieb hatte ihn seitlich getroffen, direkt unter dem Ohr. Nach seiner Genesung hatte Klotzkin sich aus seinem Stück Eisenholz einen Ersatzkiefer gefertigt. Solange er nicht vergaß, die Bolzen einzuölen, tat der künstliche Kiefer auch seinen Dienst. Oder wenigstens war das bisher so gewesen. Seit der Sturmfall allerdings in den großen Sturm hineingefahren war, klappte er der Kiefer aufgrund seltsamer elektrischer Kräfte in einem Fort auf und zu, ohne dass Klotzkin das geringste dagegen hätte tun können. Wie lange geht das denn noch so weiter? stöhnte er. Wahrscheinlich bis wir im Dämmerwald sind, erwiderte Tim Waterberg. Was in etwa neun Minuten der Fall sein wird, rief Zacke von oben herunter. Neun Minuten, flüsterte es leif und rieb sich die Hände. Der Maat hatte überprüfen sollen, ob die Belegklampen hielten. Jetzt lehnte er gegen das Geländer der Treppe, die zum Achterdecken aufführte, und starrte wie hypnotisiert in das Wolkengebrodel. Er hob den Kopf. Nur weiter so, Quintenius, werge nix, flüsterte er hönnisch. Lande du schön im Dämmerwald und hole das Sturmfracks, dann bin ich dran. Und wehe dem, der... Er brach erschrocken ab. Aber was ist denn das bei mir? In der Tür des kleinen Häuschens über dem Treppenaufgang stand Twig. Blinde Wut überkam Slaivo. Den Wolkenwurf den jungen Sava war alles verloren. Ohne nachzudenken, stürzte der Maat auf Twig zu. Twig saß sich aufgeregt um. Er war dem Flachkopfkobald nur knapp entkommen. Seine Sinne waren aufs äußerste gespannt und sein Herz pochte laut. Er versuchte sich zu orientieren. Die Luft war dunkelrot und stank nach Schwefel und angebrannter Milch. Das Himmelschiff war in ein Wolkengebirge eingehüllt aus dem knatterten und krachten Blitze fuhren. Blaue Flämmchen züngelten um Twigs Arme und Beine. Seine Körper kribbelte und seine Haare stellten sich auf. Das war also die Sturmjagd. Unter der Besatzung war fieberhafte Geschäftigkeit ausgebrochen. Hubble, der weiße Band dabei, war am Ruder festgebunden. Wolkenwurf stand bei den Hebeln für die Segel und Gewichte und versuchte angestrengte Geschwindigkeit und Auftrieb konstant zu halten. Ausgerechnet jetzt musste Twig enthüllen, dass er sich als blinder Passagier an Bord geschlichen hatte und dass eine Meuterei drohte. Aber ich habe keine Wahl, momente er grimmig. Schon hörte er unter sich die Hölzerne Luke splittern. Es war nur eine Frage, deshalb ist Hau drauf auf dem Deck erschienen. Twig wusste, wenn er sich sofort etwas sagte, war sein Vater so gut wie tot. Er froh auf einmal jämmerlich. Und darum bin dann ich schuld. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und wollte gerade den kurzen, aber gefährlichen Gang von der Treppe zum Ruder antreten, als sich eine schwere Hand auf seine Schulter legte und ihn zurückgriss. Eine kalte Klinge drückte gegen seinen Hals. Eine Bewegung und ein Laut, Master Twig. Und ich schneide euch die Kehle durch. Zische Slaivo. Kapiert. Ja, flüsterte Twig. Er hörte, wie hinterher mir eine Tür aufging. Slaivo stieß ihn grob in eine Kammer, in der Eimer, Scheuerlappen, Tauer und Ersatzsegel aufbewahrt wurden. Twig stolperte zurückwärts hinein und landete unsanft in einer Ecke. Die Tür wurde zugeknallt. Nach fünf Minuten, schrie Zackel. Twig starrte zitternd auf und drückte das O gegen die verschlossene Tür. Draußen konnte er neben dem Lärm des Stürms mit Mühe zwei verschwörerisch tusselnde Stimmen ausmachen. Der eine gehörte Slaivo, der andere haut drauf. Ich bin nicht schuld, du hättest ihn eben fesseln müssen, sagte Slaivo wütend. Dieser verfluchte Bengel wird bestimmt entdeckt noch bevor der Sturmfrags an Bord ist. Ich könnte ihn jetzt gleich kalt stellen, sagte Haudrauf heiser. Nein, wir brauchen ihn lebend nicht tot. Slaivo steigerte sich immer mehr in seine Wute hinein. Der kleine Wadenbeißer zwingt mich zu handeln, so viel steht fest. Aber noch ist nicht alles verloren, Haudrauf, komm mit. Wir wollen sehen, ob wir unseren Plan nicht doch noch in die Tat umsetzen können. Die beiden entfernten sich. Twig's Herz hämmerte wie wahnsinnig. Da raste er nun inmitten des großen Sturms in dem Dämmerwald entgegen. Ähnlich tat er, wovon er so lange nur geträumt hatte. Doch seine Wegen war aus dem Traum ein Albtraum geworden. Twig hörte, wie sich Slaivo und Haudrauf in Richtung Ruder entfernten. Er konnte allerdings nicht verstehen, was der Mat sagte. Er schluckte aufgeregt und hämmerte gegen die Tür. Lass mich raus, schrie er. Tem, Tacke, Klotzkin, warum hört ihr denn nicht? Lasst mich! In diesem Augenblick ertönte Wolkenwolf Stimme. Was? brachte der Käpt'n. Das ist Meuterei! Den Tränen nahe gehabt, Twig auf und senkte den Kopf. Herr Vater, wenn wir erlebend herauskommen, was du mir denn hier verzeihen kannst? Slaivo begegnete der Wut des Käpt'ns mit eisiger Kälte. Von den Augen abgesehen, die hinter den Stahl gefassen Bringengläsern tückisch funkelten, zeigte sein Gesicht nicht die leiseste Regung. Das ist keine Meuterei, sagte er, zog sein Säbel aus der Scheide. Nur eine Umverteilung der Macht. Hubble brummte drohend. Ligageschwätz, rief Wolkenwolf hönnisch. Bist du wirklich so tief gesunken, Slaivo? In diesem Augenblick sackte der Sturmfall nach links ab und fuhr doch schlagartig an Geschwindigkeit. Das Ende des Sturmes kam hinter ihm näher. Wolkenwolf senkte das Heckgewicht und zog die vorderen und hinteren Segel höher. Das Schiff machte einen Satz nach vorn. Er wandte sich wieder an Slaivo. Bildest du dir wirklich ein, du könntest den Sturmfall fahren, ja? Slaivo zögerte. Du bist ein Narr, Slaivo. Was nützt den Liegen denn der Sturmfracks? Kannst du mir das sagen? Die brauchen auch noch Frackstaub und wie man den herstellt ohne dass es eine Katastrophe gibt, weiß keiner. Im Gegenteil, erwiderte Slaivo. Die Liga der freien Kaufleute will für eine Ladung Sturmfracks sogar einen hohen Preis bezahlen. Einen sehr hohen. Und da sie dir die Kaufleute offenbar nicht beliefern wollen, werde ich das tun. Sie werden sehen. Ihre Leute werden zu mir überlaufen, wenn sie erst hören, um wie viel Geld es geht. Hau drauf machte einen Schritt nach vorn. Hubble's Ohren zuckten. Wolkenwolf legte die Hand an seinen Säbel. Beim Himmel, rief er. Hast du mir nicht zugehört? Die Liegen können mit dem Sturmfrack nichts anfangen. Sie wollen nur verhindern, dass es in die Schatzkammer von Sanktabfax gelangt, denn dann könnte die fliegende Stadt sich nicht mehr losreißen und die profitable Zusammenarbeit mit den Regenschmeckern wäre zu Ende. Slaivo packte seinen Säbel fester. Die haben dich reingelegt, Slaivo. Die wollen doch, dass wir alle abstürzen. Du lügst, schrie Slaivo und ein Hau drauf gewandt schrie er noch einmal. Er lügt! Wolkenwolf nutzte die Gelegenheit. Er zog den Säbel und stürzte sich auf Slaivo. Du miese Ratte! rülte er. Doch Hau drauf kam ihm zuvor. Er hob seinen Speer, eine schwere Waffe, wie sie für einen starken Flachkopf-Kobalt gehörte, und sprang zwischen Slaivo und den Käpt'n. Metall klirte auf Metall und schon war zwischen den Käpt'n und dem Flachkopf ein nörderischer Zweikampf in der Hand. Immer schneller und heftiger flogen die Hiebe hin und her. Wolkenwolf schäumte. Blut und Donner! rülte er. Ich lasse euch beide in den Himmel schießen! rülte Hau draufs unbestüme Angriffe. Ich schlitz euch den Magen auf! Ich reiß euch das Verräter jetzt aus dem Leib! Mua! Mua! rief der Bandabä und zehrte an den Taunen, mit denen er im Ruder festgebunden war. Der Sturmfall stampfte und rollte. Wenn das Schiff der äußeren Zone zu nahe kam, in denen der Sturm am schlummsten wütete, würde es in tausend Stücke zerschlagen. Nein, Hubble! Wolkenwolf beschwerend. Ich! Ich kann mich alleine wehren! Du musst den Kurs halten! Das wütende Gebrüll des Käpt'ns, das Geklör der Waffen und das Getrampel Twick konnte nicht fassen, was er da hörte. Er kämpfte sein Vater etwa ganz allein? Wo war der Rest der Mannschaft? Warum kamen die anderen dem Käpt'n nicht zu Hilfe? Tim Waterborg! brüllte er und trommelte verzweifelt mit den Fäusten gegen die abgesperrte Tür. Klotzkin! Völlig unerwartet flog die Tür auf. Twick taumelte hinaus und sofort hat ihn Slavu gepackt. Ich hatte doch gesagt, du sollst den Mund halten! Zerstör. Er drehte Twick mit einer Hand den Arm auf den Rücken, mit der anderen drückte ihm das Messer an die Kehle. Was ist denn los? schammelte Twick. Das erfährst du früh genug. Slavu zert ihn über das funkensprühende Deck. Du tust genau, was ich dir sage, dann passiert dir nichts. In panischer Angst stolperte Twick vor dem Maat über das Deck und den engen Aufgang zum Ruder hinauf. Entsetzt starrte er auf den Anblick, der sich ihm dort bot. Wolkenwaff und Hau drauf trugen einen tödlichen Zweikampf aus. Mit blitzenden Augen und zusammengebissenen Lippen kämpfen sie um ihr Leben und mit solcher Gewalt schlugen ihre Waffen aufeinander, dass sich in das zischende blau-grill-gelbe Funkenregen mischte. Twick wollte auf seinen Vater zustürzen und an seiner Seite kämpfen. Er wollte den heimtürkischen Lochkopf töten, der es wagte, die Hand gegen Käpt'n Wolkenwaff zu erheben. Immer mit der Ruhe. Lass er das Leibum ins Ohr und drückte den Dörch fest an seinen Hals. Wenn euch euer Leben lieb ist. Twick schluckte aufgeregt. Der Zweikampf ging weiter. Der Junge konnte nicht hinsehen, er konnte sich aber auch nicht abwenden. Einmal schien Hau drauf, der Stärkere, dann wieder hatte Wolkenwaff die Oberhand. Zugleich tobte der Sturm um sie immer erbarmungsloser. Ununterbrochen zuckende Zunieder und tauchten die Wolken gischten grelles Licht. Die Säbelklingen funkelten. Geschicklichkeit und Gewandtheit spielten bei diesem Kampf keine Rolle. Hau drauf, der Stärkere der beiden dross blindwürdig drauf los, um den Käpt'n in die Knie zu zwingen. Aufgeregt beobachtete Twick wie der Kobold seinen Vater auf die rückwärtige Wand zutrieb. Aus Angst der Junge könnte schreien, drückte Slyvo ihm die Hand auf den Mund. Ganz ruhig, flüstete er. Bald ist es vorbei und dann bin ich Käpt'n des Sturmfalls, wie es mir zusteht. Käpt'n Slyvo. Klingt nicht schlecht. Der Kampf ging weiter. Ach, Vater, dachte Twick unmöglich. Ich bin an allem schuld. Tim! schrie Wolkenwolf über dem rumhinden Donner und die Klüren der Waffen. Klotzkin! Zacke! Doch die Himmelspiraten hörten ihn nicht. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, das immer heftiger Schlänger ein Himmelsschiff in der Luft zu halten. Die Segel reißen sich los! rüttete Tim und drehte mit beiden Armen an dem Schlüssel zum Feststellen der Segel. Trenn den Spinnacker, Klotzkin, während ich versuche, das Großsegel zu sichern. Zacke, du kümmerst dich um die verhellerten Laien dort drüben. Die Flugsteine sich ja unklemmt, schrie Zacke zurück. Das Himmelsschiff stammte und kränkte. Kannst du mir helfen, Klotzkin? Ich hab auch nur ein paar Hände, rief Klotzkin unwirsch. Und wenn ich die Kette an diesem Rumpfgewicht nicht gleich entwirre, sind wir alle verloren. Eine besonders heftige Bö traf den Bug von Backbord. Das Himmelsschiff neigte sich heftig. Klotzkin schrie auf und die Kette wurde ihm aus den Händen gerissen. Am anderen Ende des Himmelsschiffs verlor Wolkenwolf das Gleichgewicht und taumelte über Deck. Mua! brachte der Banderbär. Wenn die anderen dem Käpt nicht zur Hilfe kamen, dann musste er das doch tun. Nein, Hubble! kräfte Wolkenwolf. Das Himmelsschiff fiel nach Steuerbord zurück. Halte das Ruder fest, sonst gehen wir alle zugrunde. Das ist ein Befehl! Fiel trüben Tränen in die Augen. Wolkenwolf dachte selbst jetzt noch, dass seine Arme immer schwächer wurden, mehr an seiner Mannschaft als an sich selbst. Wie tapfer er war. Wie ritterlich. Erdschick hatte einen solchen Vater gar nicht verdient. Unaufhörlich krachte und klirrte es. So schnell und heftig mit entgleißendes Licht und der Sturmfall tat einen gewaltigen Satz nach vorn. Der Mast bricht! schrie Sackl. Großsäge runterlassen! brachte Tim. Alle Säge runter! Wolkenwolf stolpete nach hinten das Gesicht, dem Heck zugewandt. Sofort nutzte Hawdorff seinen Vorteil. Mit der hobenden Speer sprang er auf Wolkenwolf zu. Wolkenwolf dugte sich und die massige Eisenspitze verfehlte ihm im Haaresbreite. In blinder Wut stieß Hawdorff erneut zu. Twig kehrte die Luft an und atmete erleichtert aus. Wolkenwolf hatte den Speer des Flachkopfes im letzten Moment noch wegstoßen können. Dann griff er selbst an. Blitzen fuhr sein Säbel durch die Luft. Los! dachte Twig. Gib's ihm! Doch es sollte nicht sein. Denn in diesem Augenblick ertönte ein grässliches Spittern. Der Mast brach und der obere Teil stürzte herunter. Die Stange krachte auf das Deck, kippte über den Rand und blieb auf der Backbordseite in der Luft hängen. Das Schiff neigte sich dramatisch nach links und drohte umzuschlagen. Kapp die Taue! rote Tim begann das Großschuldenlos durchzuschlagen. Los! Klotzkin und Zaka eilten dabei und stachen wie wild auf das Gewirr von Tauen und Takkelage ein. Sie hatten die Hälfte der Tau gekappt, als der Rest unter dem schweren Gewicht des Mastes riss und samt dem Mast hinunterfiel. Der Sturmfall rollte in der Steuerbord zurück. Twig und Slavu stellerten rückwärts. Twiglin fuhr ein gedämpfter Aufschrei. Sofort spürte er, wie das Messer in die weiche Haut seiner Kehle schnitt. Sein Vater hat es noch schlimmer erwischt. Er hatte Haut drauf mit dem Säbel verfehlt, weil der Flachkopf durch ihn plötzlich ruck zur Seite geschlödert wurde. Auch Wolkenwolf selbst verlor das Gleichgewicht und taumelte auf den Kobalt zu. Hilflos fuhrte er mit dem Säbel. Der Kobalt packte wieder sein Speer und hob ihn hoch. Kierke starrte. Gleich würde sein Vater in das große, gezackte Blatt laufen und sich aufschließen. Mua! Tobte Hubble, als er sah, was dem Käpt'n drohte und riss wie wahnsinnig an den Tauen, mit denen er am Ruder festgebunden war. Haut drauf hörte sein Gebrüll. Er blickte auf und bemerkte zu seinem Entsetzen, wie nahe er dem angebundenen Banderbeer gekommen war. Hubble hatte einen seiner mächtigen Arme gehoben. Er brüllte noch einmal, dann schlug er zu. Haut drauf versuchte im letzten Augenblick nach links auszuweichen. Schnell, aber nicht schnell genug. Der Preitenhieb erwischte ihn im Arm. Der Speer schlitterte über Deck. Haut drauf selbst schlug auf die Planken. Sofort stand Wolkenwolf über und ließ den Säbel mit aller Wucht niederfahren und trennte den Kopf des Kobalts vom Rumpf. Dann fuhr er mit dem bluttriefenden Säbel in der Hand zu Sleiwe herum. Seine Augen glitzerten mordlustig. Jetzt zu dir! brüllte er. Du! Er verstummte und riss die Augen auf. Der Unterkiefer fiel ihm herunter. Twig! flüsterte er entsetzt. Sleiwe zog die Klinge vorsichtig an Twigs Kehle entlang und kicherte. Lassen Sie den Säbel fallen, sonst ist Ihr Sohn tot. Nein! schritt Twig. Nimm keine Rücksicht auf mich! Das darfst du nicht! Wurkenwolf auf den Säbel weg und ließ die Arme sinken. Lass den Jungen los, er hat dir nichts getan. Vielleicht lasse ich ihn los, vielleicht doch nicht. Sleiwe grünste himisch. Er steckte den Dolch weg, zog aber sogleich sein Säbel. Vielleicht... Wieder spaltete er im Blitz den Himmel und der Sturmfall warf sich zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite. Das Himmelschiff trieb gefährlich nah am Rand des Sturms, doch Hubble konnte nichts dagegen tun. Sleiwe ließ Tick unvollsehenslos stiegen von sich weg und stürmte mit gezuckten Säbeln wildem Gebrüll auf den Käpt'n zu. Das Himmelschiff erzitterte und sämtliche Balken, Planken und Fugen ächzten wie aus Protest. Noch zwei Minuten! hattete Ikzake rufen und dann alarmiert. Tem! Klotzken! Der Käpt'n ist in Gefahr! Endlich hatten die anderen bemerkt, was los war, leider zu spät. Viel zu spät. Sleiwos Säbel sauste bereits durch die Luft. Wolkenwörfs Nacken war ihm schusslos preisgegeben. Unten am Rumpf löste sich aufgrund der ständigen Erschütterung eins der Backbordgewichte. Das Gewicht fiel in den Unter. Der Sturmfall schlug nach Steuerbord um. Der Säbel verfehlte zwar sein Ziel, doch grub er sich tief in Wolkenwörfs Arm. Den Arm, mit dem er kämpfte. Sleiwof zog höhnisch die Lippen. Diesmal hast du noch Glück gehabt, schrie er. Jetzt nicht mehr! Er holte mit dem Säbel aus. Jetzt bin ich, der Kapitän! Hubble, schrie Tick verzeifelt. Tu doch was! Huh! Huh! Böte der Banderbär und packte das Steuerrad noch fester. Der Käpt'n hatte gesagt, ihm befohlen, er sollte sich nicht von der Stelle rühren. Sein Blick traf den des Jungen. Huh! Huh! sagte Tick. Huh! brüllte Hubble entschlossen. Seine Augen funken und seine Haare ströckten sich. Er riss die Tau aus ihrer Verankerung und zerfetzte sie, als bestünden sie aus Papier. Huh! Wie ein zottiger, weißer Berg stürzte er sich mit gefletschten Zähnen und ausgefahrenen Krallen auf Slaivu. Er packte den dreisten Mat um die Hüften, hob ihn hoch und schleuderte ihn auf die Planken. Dann, noch bevor Slaivu ein Muckstum konnte, ließ der Bär sich brüllend mit seinem ganzen Gewicht auf den Rücken des Matts fallen. Ein dumfer Schlag war zu hören, Dein ein Knacken und Slaivu laut mit gebrochenem Rückgrat to die. Mit weichen Knien stimmte ich auf aus dem Sturmgebäude wie der Himmelsschiff war inzwischen völlig aus der Kontrolle geraten. Tick klammerte sich an der Reling fest. Die Meuterer waren tot und sein Vater lebte. Doch ihre Lage war verzweifelt. Der Steuerrad begann von niemandem festgehalten zu kreiseln. Die letzten noch gehisten Segel knallten nutzlos im Wind. Wieder rissen sich zwei Ausgleichsgewichte vom Rumpf los. Der Sturmfall rollte und stampfte, bäumte sich auf, sackte ab und drehte sich immer schneller im Kreis. Er drohte jeden Moment ganz umzukippen. Seine glücklose Besatzung würde dann in den sicheren Tod stürzen. Wolkenwolf versuchte sich störend vor Schmerzen mit seinem gesunden Arm aufzurichten. Tim Waterbock und die anderen hatten sich endlich zur Kommandobrücke durchgearbeitet. Lasst mich! schrie er Wolkenwolf heftig. Ein Blitz zuckte gerade über den Himmel und beleuchtete das Schiff. Erst jetzt wurde das ganze Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Das Himmelsschiff konnte jeden Augenblick vollends auseinanderbrechen. Wolkenwolf funkelte den Rest seiner Mannschaft an. Verlass das Schiff! brüllte er. Tim und die anderen starrten ihn unglaublich an. War jetzt wahnsinnig geworden? So kurz vor dem Ziel das Schiff aufzugeben? Im selben Moment brach um sie herum ohrenbetäubendes Geschrei aus. Tausende kleiner Vögel kohlen aus dem Bauch des Schiffes. Schwarz hoben sich ihre flatternden Dreiecksflügel und peitschenförmigen Schwänze von den hellen Wolken ab. Die Vögel bewegten sich in vollkommenem Gleichklang wie ein einziger Vogel. Wenn einer die Richtung änderte, änderten auch alle anderen die Richtung. Piepsen, schreien und kreischen schwenkte der Schwarm wie auf das Kommando eines unsichtbaren Choreografen im Zickzack hierhin und dorthin. Rattenvögel! Moment, der Tück erschrocken. Er wusste, wie alle Himmelspiraten das Rattenvögel in Himmelsschiff erst dann verließen, wenn der Untergang nicht mehr abzuwenden war. Er starrte die anderen Piraten an. Ihr habt den Käpt'n gehört! rief er. Verlass das Schiff! Und gebt dem Steinpiloten und dem Professor Bescheid! brötte Wolkenwolf. Ei, ei, Käpt'n! sagte Tim Waterbock und entfernte sich stolpernd und ein Befehl auszuführen. Zacke war als erster in der Reihe. Er sprang von der Reling und rief im Fall noch hinauf. Gleich sind wir über dem Dämmerwald! Jetzt! Die anderen folgten ihm einer nach dem anderen, obwohl jeder Augenblick, den sie länger auf dem Sturmfall blieben, eine tödliche Gefahr bedeutete, kneten sie zuerst noch nieder und küssten das Deck. Erst dann kletterten sie widerstrebend auf das Geländer und sprangen in die Pupu und den Wolken. Klotzkin, der Steinpilot, Tim Waterbock und der Professor des Lichts. Die erste Böhle lüsste den Federmechanismus der Klappflügel aus. Die Kammern der Flügel füllten sich mit Luft und die Männer schwebten nach unten und verschwanden in den Wolken. Das Himmelschiff bockte und sprang. Oben auf der Kommandobrücke arbeitete Wolkenwolf sich qualvoll Schritt für Schritt zum Ruder vor. Du auch, Hubble, befei der dem standhaft ausharrenden Banderbären. Verlass deinen Posten! Geh! Der gewaltige Bär betrachtete ihn kummervoll, über ihm knatterten und schlugen die Segel. Los! brüllte Wolkenwolf. Bevor wir abstürzen! Huh! Huh! rief der Bär und trottete gehorsam zur Reling. Erst jetzt sah Wolkenwolf, dass der Bär sich schützend vor ein weiteres Mitglied der Besatzung gestellt hatte, das das Himmelschiff noch nicht verlassen hatte. Twig! brüllte er. Ich hab gesagt, du sollst gehen! Das Wolkengebrudel um sie herum wurde immer dichter. Der Sturm vollknarrt und ächzte. Ich kann nicht! schrie Twig. Ich verlasse dich nicht! Bitte verzeih mir, Vater. Es ist alles meine Schuld! Deine Schuld! keuchte Wolkenwolf und versuchte, das kreisende Steuerrad anzuhalten. Es ist meine Schuld! Ich hab dich nicht vor diesem Schurken Slyvo geschützt! Aber genug! brüllte Wolkenwolf. Verlass das Himmelschiff! Komm mit! fliehte Twig. Wolkenwolf schrieg. Er brauchte nichts zu sagen. Twig wusste, dass seinem Vater das eigene Leben weniger bedeutete als sein Schiff. Dann bleib ich bei dir! sagte der Junge trotzig. Twig! schrie Wolkenwolf. Twig! Seine Stimme war im Togen des Sturms kaum zu hören. Vielleicht verliere ich mein Schiff. Vielleicht doch das Leben. Dann ist das eben so. Aber wenn ich dich verliere... Das wäre... Er verstummte. Twig, mein lieber Sohn, du musst das Schiff verlassen, deinetwegen und meinetwegen. Verstehst du das? Twig nickte. Tränen stiegen ihm in die Augen. Braver Junge. Wolkenwolf schwankte unsicher. Hassig schnallte er den Gürtel ab, der an dem sein Säbel hing, wickelte den Säbel darin ein und hielte dem Jungen hin. Nimm meinen Säbel! Twig streckte den Arm aus. Seine Finger streiften die Hand des Vaters. Er schluckte. Wir sehen uns doch wieder. Du kannst dich darauf verlassen, sagte Wolkenwolf. Sobald ich den Sturm voll in der Kontrolle habe, komme ich euch alle holen. Jetzt geh! Er wandte sich abrupt ab und legte die Hände auf die Hebel für die Gewichte und Segel. Traurig wandte sich Twig zum Gehen. An der Reling sah er sich noch einmal nach seinem Vater um. Glück mit dir! und legte den heulenden Wind. Dann sprang er. Ein Satz schrie er auf. Er fiel wie ein Stein. Offenbar waren die Klappflügel beschädigt worden, als es live um ihn in die Kammer gestoßen hatte. Die Flügel klemmten und wollten nicht aufgehen. Vater! schrie er gelt. Vater! Vater! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!